Also, Ken Jebsen ist eine Kunstfigur. Die habe ich erfunden, nachdem ich in diesen journalistischen Beruf gegangen bin. Mustafa Kachefi ist dein richtiger Name. Nein, auch nicht. Das steht bei Wikipedia. Das ist falsch. Mustafa Kachefi ist auch ein Fake-Name. Habe ich mal erfunden in dem Aufsatz, den ich damals für Radio Fritz geschrieben habe. So, jetzt bin ich gespannt. Ich heiße eigentlich Kevan Suvisierwasch. So, jetzt sagst du, wie, siehst du, und das kam halt immer. Wie heißen sie, wie geschrieben. Das war immer falsch geschrieben. Ich habe auch immer auch falsche Dokumente vom Staat bekommen, falsch geschrieben. Ken Jebsen. Was steht denn in deinem Ausweis? In meinem Ausweis steht Kevan Suvisierwasch. Da steht aber auch Ken Jebsen als Künstlername drin, weil damit arbeite ich. Und Jebsen ist der Hamburger Name meiner Mutter. Der hat sich einfach angeboten. Aus meinem Vornamen habe ich einfach Ken gemacht, weil in meiner Familie gibt es schon einen Kai. Damit er nicht sagt, ich möchte meinen Namen nach, aber ich habe das einfach so gemacht. So, und der hat einfach um mich bei jedem Interview die Frage gestellt, wo kommt ihr Vater her? Das habe ich mir ja 70.000 Mal anhören müssen. Das war in den 70er noch viel stärker nach dem Motto, wo kommt dein Vater her? Wann gehst du da zurück? Ja, wo ich geboren wurde? Ja, genau. Und dann sag ich nach Krefeld. Krefeld, nee, ich bin ja in Krefeld, ich bin ja Rheinländer. So, das war ja damals noch viel stärker so. Heute ist es bei der Quote an Leuten mit nichtdeutschem Hintergrund so, dass wenn jemand Mustafa Kaschewi heißen würde, heiße ich jetzt nicht, oder irgendwie anders, Kairos oder wie auch immer, dass man sagt, hat man sich daran gewöhnt, dass da viele Polen, Kowalski und das weiß man noch. Aber in den 70ern war es noch ein bisschen anders und da wurde man dann immer gefragt. Und um dem vorzubeugen bei jedem Interview, ich bin in Baden-Württemberg ja groß geworden, habe ich gesagt, ich gebe mir Namen, Ken Jepsen. Da haben die dann immer Leute daraus gemacht, Ken Jepsen, die dachten, wir wären Amerikaner. Nee, ist ein Hamburger Name, der aber eigentlich über Dänemark, Schweden kommt und das heißt eben so, kann man aber auch falsch schreiben. So, und mit dieser Figur habe ich eben 30 Jahre lang Journalismus betrieben und über viele Umwege dann KenFM aufgebaut, Radiosendung 2011, dann später diese Internetplattform. Aber bleiben wir nochmal bei deiner Kindheit. Wie war deine Kindheit? Also wie hast du deine Kindheit in Krefeld erlebt? Also warst du schon immer jemand, der gegen den Strom schwimmt oder bist du dazu geworden und wenn ja, an welchem Punkt hat sich das… Wenn wir so weit zurückgehen wollen. Also ich habe ja einen iranischen Vater und eine deutsche Mutter, die aus Hamburg kommt und so. Meine Mutter war Schauspielerin und hat hier gelernt am Hamburger Schauspielhaus unter Gustav Gründgens, wenn der Name dir noch was sagt. Also ich sage nur Gustav Gründgens als Miss Fisto, großartig. So war übrigens auch bei Gauss, kann ich nur empfehlen, sich das anzugucken. Also mein Vater kommt aus einer iranischen Großfamilie und hat in Deutschland hier studiert, ist aber dann, nachdem er mit dem Studium fern, war wieder in den Iran zurückgegangen, weil er gesagt hat, das ist ihm hier zu kalt, das gefällt ihm nicht und so ist zurück, in seine Großfamilie und er selbst ist das 24. Kind. Ich komme also wirklich aus einer iranischen Großfamilie. Okay. So. Und das heißt, wenn sich meine Familie trifft, sind mindestens 600 Leute am Set. Es ist einfach so. Entschuldigung, dass ich lache, aber das ist einfach eine Dimension, die… Und eine Verwandte und einfach eine Dynastie ist eine Dynastie und wenn man den Namen Sufi eingibt, wird man feststellen, das sind ja auch derwische Religionsgemeinschaften, zu denen gehöre ich. Also ich komme aus diesem Sufi-Clan und wenn ich im Iran bin, dann werde ich auch danach gefragt. Also das ist wie, wenn man nach Amerika reist und heißt zufällig Kennedy, da wird man, haben sie was mit dem zu tun? Ja, über viele Ecken oder Thunderbolt oder wie auch immer. Ich habe was mit denen zu tun, bin also immer schon ein spiritueller Mensch gewesen, aber ich bin ja in Krefeld geboren, habe da zwei, drei Jahre gewohnt, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, weil meine Mutter noch mit ihrem, damals noch aus dem Koffer gelebt hat, als Schauspielerin war man auch damals unterwegs, bis sie irgendwann gemerkt hat, spätestens nach dem sechsten Kind geht das nicht mehr. Meine Mutter hat ja selbst sechs Kinder bekommen und dann war es halt irgendwo eine Großfamilie und dann endete natürlich irgendwo mal die Schauspielkarriere, weil es nicht geht und sie hat gesagt, gut, damals ich bin Mutter. So, ich bin in Baden-Württemberg groß geworden. So, und zwar in relativ behüteten Verhältnissen, weil ich habe ja im Stuttgarter Raum, bin ich auf eine Waldorfschule gegangen, das wollte meine Mutter unbedingt, weil sie selbst in Hamburg in den letzten zwei Jahren ihres Schulseins auf die Waldorfschule gegangen ist. Ihre Eltern waren aber Kunsterzieher beide und haben in Hamburg das musische Abitur eingeführt, waren beide Maler. Wenn ich bei denen war, nicht in Hamburg, sie haben damals schon in Freiburg gelebt, bin ich über die Maltöpfe gestiegen, das waren so richtige Malerkünstler und so. Das waren so die Großeltern. Mein Vater ist ja, als ich fünfeinhalb war, hatte die Kurve kratzt, hat gesagt, ich halte sie nicht mehr aus, ist weggegangen. Hat sich auch nie wieder dahin gemeldet, dass er sich mit meiner Mutter vertragen hätte. Das war so ein bisschen, wenn der Mann in den Iran geht und du gehst nicht mit, bin ich beleidigt. Meine Mutter konnte aber nicht in den Iran gehen, weil sie das Klima dort gar nicht vertragen hat. Es war nämlich brutal heiß und als selbstbewusste Frau hat sie gesagt, und außerdem kann ich selbstbestimmt sagen, wo ich lebe, der Iran in den 60er, 70er Jahren war noch ein bisschen anders. Der Mann hatte alles zu sagen. Heute ist das auch ein bisschen anders. Der Iran ist ja das Land, wo die meisten Frauen weltweit studieren. Der Iran, wie das Bild des Iran, was wir heute haben, und der Iran selber unterscheiden sich. Das ist eines der freundlichsten Länder. Ich sage jetzt nicht, dass ich der große Freund aller Mullahs bin, aber es ist immer so, wenn du dir ein Bild von einem Land machen willst, kannst du bei Google eingeben oder fahr einfach hin. Fahr hin. Da sind wir wieder bei dem gleichen Prinzip, auch über eine Person. Fahr hin, stell fest, es ist anders. Russland ist anders und in welcher Ecke und Baden-Württemberg ist anders und du bist ja da oben im Norden, ist auch anders wie Bayern. Wie denn? Ja, um den Flow und den Spirit musst du halt hinfahren und das ist eben nicht so wie in einem Klischee. Da ist was dran, aber die Norddeutschen sind einfach anders wie die Hessen. So, jemand, der sagt, ich habe für fünf Tage für Europa, wird das nicht feststellen können, aber das ist eben das, was ich mir rate als Reporter, fahr einfach hin. Ich bin in Baden-Württemberg groß geworden, bin gerne zur Schule gegangen bis zur 11. Klasse und war in der Walderschule immer schon verrückter. Ich war also auch schon ein untypischer Walderschüler, aber, und das ist ganz interessant, mein Rektor zum Beispiel, ja, mit jüdischem Hintergrund, der hier noch die Tätowierung hatte, der mochte Sonderlinge aus gutem Grund. Und der hat immer gesagt, hör zu, wir hatten ja zwei, drei Sonderlinge, die sind okay, die muss es geben. An denen kann man eine Menge lernen. In meiner Klasse waren auch Menschen dabei, die behindert waren im traditionellen Sinne, wie man es klassisch erzählt, und die sind auch mitgelaufen. Warum? Weil die dazugehören. Nicht, die sind dann da hinten, sondern wir haben ja auch Praktika gemacht, Sozialpraktika, Forstpraktikum, Landwischer. Einfach, das Leben ist bunt und schräg und die meisten Menschen, die meisten sind anders als du und das ist in Ordnung. Das hat man mir an meiner Schule beigebracht. Alle sind irgendwie anders und es gibt einige, die sind noch mehr anders. Ist in Ordnung. Naja, und dann auch noch dieser Überbau-Körper-Geist-Seele, der ja auch... Das sowieso, dass es mehr gibt als Mathege, dass es noch einen Geist gibt und so, aber dass wir uns gegenseitig dahingehend respektieren sollten, dass wir uns nicht alle gleich machen sollen. Und da habe ich auch sehr viel Demeter-Landbau, all das schon gelernt. Da gab es auch welche, die ich nie verstanden habe, wie Eurythmie, Namen tanzen und so, weiß Bescheid. Aber ich hatte sehr viele Lehrer, die Respekt vor dem Leben hatten. Also Daniela Ganser würde sagen, das Leben ist heilig. Ist ja, glaube ich, auch Waldorf-Schüler. Und das habe ich gelernt. Andere Menschen, andere Gedanken respektieren und nicht, wir treffen uns gemeinsam, um den zu bekämpfen, weil der denkt was anderes wie ich. So, das habe ich eben nicht so gelernt, sondern einfach, okay. Und ich wurde dort als Sonderling dahingehend immer respektiert mit zwei, drei anderen Freunden. Da habe ich gesagt, ja, an denen können wir sehr viel lernen. Wir sind quasi für das Waldorf-Immunsystem. Dahin geht gut, dass man die überprüft. Und was ich der Waldorf-Schule damals schon vorgeworfen habe, ist, dass die immer den Rudolf Steiner nur zitiert haben. Aber Rudolf Steiner war, als er publiziert hat, ein sehr moderner Mensch. Wenn man diese Sachen aber, ohne sie zu verändern, ohne sie anzupassen, immer wieder nach vorne bringt, dann ist er irgendwann veraltet. Natürlich hat Rudolf Steiner nichts über Computer geschrieben. Aber trotzdem ist das interessant, der Gedanke, dass du das sagst, weil eine Waldorf-Lehrerin, die ich kenne, hat mal gesagt, Rudolf Steiner hätte diese Technik aber mit Begeisterung genutzt. Genau, genau. Aber er hätte verstanden, dass die Technik den Menschen dienen soll und nicht der Menschen der Technik. Wir haben heute das Problem, dass die Menschen immer mehr werden wie die Computer und nicht die Computer wie die Menschen. Das ist das Dilemma. Das hatte schon Weizenbaum geschrieben. Also ich habe mich dafür interessiert. Aber ich hatte auch einen Waldorf, das typischste Fach der Waldorf-Schule ist ja das Eurythmie. Das kann ich nicht lange erklären. Das ist eine andere Mischung wie Ausdruckstanz. Und mein Eurythmie-Lehrer kam aus den Vereinigten Staaten, war erfolgreicher Schwimmer gewesen aus Chicago, spielte leidenschaftlich gern Baseball. Und wir sind oft, statt zu tanzen, sind wir einfach im Park am Baseball gestritten. Das war ein bisschen anders. Also in unserer Schule waren auch ein bisschen andere Lehrer, also jemand, der mit Cowboy-Stiefeln zum Eurythmie-Unterricht kam, aber dann trotzdem begeisterter Eurythmie gemacht hat. Das war so ein riesiger Typ, wo ich dachte, irgendwie sah das komisch aus. Aber okay, das hat es bei uns alles gegeben. Und so bin ich gerne zur Schule gegangen und bin in Baden-Württemberg da ein Gruß geworden, dass als ich in Baden-Württemberg fertig war, ich mich hier nach Hamburg beworben habe, weil ich komme ja, meine Großeltern kommen väterlicherseits aus einer Räder-Familie. Die hatten hier in Hamburg, Insel Kallö, sogar über viele Jahre eine eigene Werft und haben Teeklipper gebaut, die nach China gefahren sind. Also das ist schon ziemlich lange her. Und deswegen dachte ich immer, wenn ich raus will aus diesem Milieu, Baden-Württemberg, weil ich blieb natürlich als Nicht-Schwabe dort ein Fremdkörper, ein reingeschmeckter, dachte ich, dann zur See kannst du ganz früh ab und in die Welt fahren, das fand ich total lustig. Im Fernsehen lief in Fernsehsägen, wie zum Beispiel die Unidien-Linie, dachte ich, so ist das, alle in die Wanden und so dachte ich, so ist das. Das ist alles Gorch Fock, das ist super, so mache ich das so. Bis ich dann festgestellt habe, das ist dann doch nicht so, das ist dann doch Containerschifffahrt. Aber ich bin jedenfalls schon in meinen Schulfähien zur See gefahren. Ich habe schon als Praktikant bei Habak-Leut gearbeitet, bin 16 Jahre alt und habe Amerika zum ersten Mal über einen Hafen betreten und war natürlich begeistert in Manhattan, damals war Breakdance auf den Straßen. Ich dachte, ich kam aus einer Kleinstadt in Baden-Württemberg und sah da Breakdance am Empire State Building und dachte ich, okay. Also das heißt, du hast schon in jungen Jahren sehr viel von Dingen erlebt, die eigentlich nur eher Erwachsene erleben. Ja, ja. Also warst du nicht der typische Jugendliche? Gut, dass du das fragst. Aber guck mal, ich kann von mir sagen, ich habe keine wirkliche Jugend gehabt. Ich erinnere mich daran, als mein Vater die Kurve gekratzt hat, hat er sich meiner Mutter dahingehend gerecht, dass sie gesagt hat, ich könnte Unterhalt zahlen, ich kann es dir auch locker leisten, aber du kriegst es nicht, bis du zu Kreuzig kriegst und kommst. Und meine Mutter hat gesagt, ich könnte zu Kreuzig kriegen, mache ich aber nicht, dann gehe ich lieber zum Sozialamt. Also war ich jemand, der von Sozialhilfe gelebt hat, also das Geld war dann eben Sozialhilfe, aber ich ging gleichzeitig auf eine Waldorfschule, die ja Geld gekostet hat. Und neben mir, ich war einer der wenigen Kinder in unserer Schule, wo die Eltern nicht unbedingt betucht waren. Ich hatte sehr viele Betuchte, aber das Prinzip der Waldorfschule war, das Geld der Eltern spielt keine Rolle, wir geben hier alle alles rein und alle gehen mit zur Klassenfahrt, alle machen das. Das Treppenhaus ist zwar aus Marmor, aber das spielt keine Rolle. Wir nehmen alle mit. Auch die Sozialschwächeren, das ist ja der Witz eigentlich bei der Waldorfschule, weil die Waldorfschule wurde ja für die Kinder, der Mitarbeiter von Waldorf Astoria, der Zigarettenfabrik gebaut. Die Waldorfschule basiert ja auf einem Schulgebäude von Waldorf Astoria, der Zigarettenfabrik. Es ging um die Kinder, während die Eltern Zigaretten gebaut haben, sollten die Kinder unterrichtet werden. Heute ist es ein bisschen so, es ist eine Schule für besser Betuchte. Eigentlich ist es absurd. Steine würde sagen, Entschuldigung, das Mischungsverhältnis stimmt eben. Heute ist eine Privatschule sehr stark, wo die reichen und schönen ihre Kinder unterbringen. Das will ich nicht pauschal sagen, aber das war schon eine Tendenz. Das war bei uns eben anders. Meine Jugend war aber eben so, ich hatte ja keinen Vater und meine Mutter war natürlich mit der Kindererziehung heillos überfordert, weil wir sind alle so Powerpakete. Dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, damals schon ganz jung, so mit zehn, ich mache einen Deal mit dir, du lässt mich in Ruhe und ich werde dich kriminell. Das war der Deal. Und in der Kleinstadt, wo ich gewohnt habe, war das eben so, ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten, also spätestens seit ich elf bin, habe ich in den Fabriken gearbeitet. Ich kenne dieses Buch von Wallraff ganz unten von innen, weil ich gemerkt habe, ich möchte mir Dinge kaufen. Ich habe festgestellt, was Geld ist, weil als mein Vater ging, war plötzlich keins mehr da. Vorher war jede Menge Geld da, Geld spielte keine Rolle, aber dann war plötzlich kein Geld mehr da. Und ich habe gesagt, aha, das ist Geld, Geld, bedeutet, dass du das dann alles nicht mehr hast. Und um zu einem Fahrrad zu kommen oder zu einem Lebensmittel zu kommen, was ich gerne gehabt hätte, oder zu irgendetwas anderem zu kommen, die Klamotten, die musste ich selber arbeiten. Weil als Sozialhilfeempfänger hast du das Recht auf drei Hemden und zwei Hosen. Und fällst natürlich gegen die, die dann von Hugo Boss eingekleidet werden. Das war damals total hip. Oder Lacoste, das Krokodil. Lacoste, du gehst auf, dass du immer dieselben... Und da habe ich gesagt, okay, brauche ich alles nicht, aber ich hätte gerne ein Fahrrad gehabt. Ich würde mir gerne das. Ich wollte Bücher kaufen, ich wollte Platten kaufen. Ich war ein Musikfreak, ich habe Musik gehört. Und eine Platte, damals 17 Mark, war wahnsinnig viel Geld. Wie komme ich zu dem Geld? Also nicht von meiner Mutter, es gibt kein Taschengeld. Das musst du selber arbeiten. Und deswegen habe ich sehr, sehr früh angefangen, alles, was es an Jobs gab, zu tun. Das bedeutete aber, dass ich keine Hausaufgaben machen konnte. Weil ich habe nach der Schule direkt in die Fabrik oder direkt in den Job, mehrere Jobs parallel gehabt und bin auch immer direkt von dem zurück. Ich habe oft in den Fabriken gearbeitet, von den Eltern, mit deren Schülern ich in dieselbe Klasse ging. Also ich weiß genau, was das bedeutet. Und ich habe festgestellt, wenn ich dann dort war, da waren sehr viele natürlich auch Menschen mit gebrochenem Deutsch, waren Ausländer, dass die mich respektiert haben, obwohl ich sehr jung war. Ich war natürlich offiziell 16. Weil ich einfach an der Stanze meinen Job mache. Und das fand ich sehr gut. Ich hatte ja keinen Vater, aber man Autoritäten gesagt haben, hey, wenn der seinen Job macht, wird er genauso erwachsen behandelt. Dann stand ich da, war ich da eben mit den 45-jährigen Portugiesen und habe einfach mit denen meinen Kaffee getrunken oder meine Leona-Wurst gegessen und die Bildzeitung gelesen und habe gesagt, das ist die Welt, wie Deutschland aufgebaut wird. Ich habe das von innen gesehen, ging aber dann immer in die Walderschule und habe mir dann über Kleist und so geredet oder Meulichemie gemacht oder irgendwie so. Ich habe gemerkt, okay, Deutschland, da gibt es verschiedene Facetten. Das heißt, ich habe sehr früh ein Gespür entwickelt dafür, wie Menschen sind. Ich habe bei Buchbindern gearbeitet, in Autofabriken, KKK-Turbolader gepresst, in Großbrickereien. Ich habe das alles gemacht und das war für mich praktisch eine Sozialschule, wie Menschen sind. Ich habe also sehr früh gelernt, mit jeder Art von Menschen zu sprechen und wenn ich zu meinen Mitschülern nach Hause kam, dann mussten die irgendwann um 20 Uhr ins Bett und ich bin bis 23 Uhr geblieben, habe mich mit den Eltern noch unterhalten. Musst du nicht ins Bett? Nee, also ich muss später nach Hause. Eigentlich fing die Schicht in ihrer Fabrik an, das wussten sie bloß nicht, weil ich vom Vorarbeiter eingestellt wurde und bin dann dorthin. Also das war die Welt und das ist der Vorteil, den ich heute habe. Ich blicke zu meinen Eltern, stellvertretend als Autorität, nicht auf. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.